hallo und herzlich willkommen zu einem neuen angezockt heute mal kingdom new lands einige kennen es vielleicht schon ist doch ein bisschen unbekannter glaube ich als die spiele ich sonst so gespielt habe und ich würde sagen wir fahren direkt mal an wir sind hier schon im spiel es gibt anscheinend kein wirkliches kein wirkliches menü zumindest bin ich gleich hier reingekommen eine einsame königin trägt die krone in ein neues land wir sollen jetzt hier noch rechts oder links laufen ich laufe jetzt einfach mal nach rechts geht das mit okay geben mit weist die auch möglichen schneller laufen okay mit shift jetzt rennen wir hier erstmal ein bisschen hier sieht man's kingdom und alles zerbricht was ist das hallo bist du ein geist zeigt uns den weg ich glaube der hat da so einen kleinen arm der zeigt uns im weg wir hin sollen oh hier ist geld hier starten wir dann glaube ich auch genau hier ist unser erstes dorf sozusagen man muss jetzt quasi nach unten drücken um das feuer zu entfachen da braucht man eben immer so geld jetzt habe ich hier drei geld aus meinem beutel geholt ich kann leider mit dem maßzeiger nichts zeigen weil kein maßzeiger implementiert ist hier genau und hier kann ich jetzt die leute rekrutieren wenn ich den hier so münze hinschmeiß und dann helfen die mir am anfang sollte man mal schauen dass man so ein bisschen ist das nicht irgendwie so gegangen okay anscheinend muss ich erst nach dem tutorial schauen ich muss erst den bogen kaufen okay hier kann man jetzt zwei gold ausgeben dann holt sich dann hat man einen bogen gekauft und so ein ja dorfbewohner holt sich dann den bogen und der jegt der jagt da ein bisschen so kaninchen und so und die troppen dann auch wieder geld genau ich glaube das ist einfach ein tutorial geist hier zumindest war das im alten spiel noch nicht so genau jetzt sagt man sie dass wir uns ein bauarbeiter holen sollen kostet drei gold das ist unser gold auch fast alle glaub drei haben wir noch und jetzt können wir hier vorgehen hier nicht hier und können hier die erste mal errichten noch geld und jetzt kommt eben der bearbeiter und baut die mauer nur so mehr bearbeiten man natürlich später hat umso schneller bauen die das ganze natürlich auch so nehmen wir sie mal das geld mit so jetzt machen tutorial geist was soll ich machen ohnehin erst verschwunden okay jetzt geht es anscheinend wirklich los direkt hier liegt warum sage ich mir liegt der jagt hier noch ich würde sagen wir holen uns erstmal noch oben schützen wollen wir uns noch zwei ja wir holen uns bogen ohne leute also müssen natürlich auch erstmal leute rekrutieren findet man hier so in so kleinen lagern und ja echt viel mehr können wir eigentlich nicht tun wir können natürlich so ein hirsch versuchen zu uns zu jagen zu ja eigentlich schon zu uns zu sprengen und den können dann die die bogen schützen nein 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 in die andere richtung zumindest hat das im ersten teil im classic so funktioniert anscheinend hier nicht mehr so wirklich okay aber auf jeden fall wir haben auch eine ausdauer das merkt man an dem pferd wenn es anfängt zu schnaufen und jetzt wird schon langsam nacht und wenn es nacht ist dann okay es mag nicht mehr denn wenn sie nacht ist dann kommen auch monster klar jetzt hier beim ersten mal noch nicht so okay wir sollten das muss nach unten gedrückt halten damit man hier das zeug bekommt so der bearbeiter haben wir noch willst du kann man mit dir irgendwie handeln irgendwie nicht haben wir noch irgendwie in menschen über ich glaube fast nicht schauen jetzt auf mir okay wir haben nur noch zwei münze also können jetzt hier nichts mehr aufbessern das können wir mal schauen ich weiß gar nicht in ersten noch glaube ich kommen noch gar keine zombies beziehungsweise feinde monster man sie auch immer nennen will bei mir auf jeden fall ein bogenschützer okay es kommt auch schon welche ich kann da jetzt leider nicht wirklich mithelfen das muss der bogenschützer allein schaffen genau schauen wir mal auf die andere seite geht da mehr ab ist gar nichts hier steht der bearbeiter sogar noch draußen wird mal rein gehen könnte vielleicht so ein paar monster kommen so schauen wir mal passiert hier noch was es ist halt relativ gefährlich in der nacht raus zu gehen weil dann eben auch die monster einen angreifen können man kann auch selbst sterben darum sollte man in der nacht eigentlich immer zu hause sein die dürfen halt hier glaube ich nicht das lagerfeuer reichen wenn sie das erreichen dann sind wird game over ok jetzt haben wir die kirchen locken oben sieht man tag zwei wir haben also tag eins überlebt und jetzt gerade noch mal ein paar gäste hätte ich jetzt bald gesagt ein paar dorfbewohner ich glaube wir brauchen noch ein paar der ist schon wieder fast fertig oh hier gibt es eine truhe ja alter so viel geld ein geldbeutel geht gleich über das noch einer ist damit du kommst auch also erstmal muss man so ein bisschen so die verteidigung aufbauen und halt auch schauen dass man genügend dorfbewohner hat ich glaube man kann auch nicht herum drum herum laufen also ja genau hier ist ende gelände laufen wir wieder zurück im ersten teil hat es dann immer noch so solche schreine gegeben wo man dann irgendwie die bogenschützen aufbessern konnte regen sowas ich weiß nicht ob es das in den teil ja auch noch gibt wie gesagt den teil habe ich noch nicht gespielt ich habe den vorgänger ich glaube zumindest als der vorgänger ist also die classic version davon gespielt aber ich glaube ich auch beide bekommen wo ich das auf steam gekauft habe damals weiß ich ob das ein angebot war ob das standardmäßig so ist aber ich finde es an sich eigentlich recht einfach gehalten und trotzdem irgendwie spannend oder interessant zu spielen also hier auf der seite haben wir auf jeden fall ein paar dorfbewohner habt ihr was gefangen danke du auch und die sammeln die macht das geld ein wenn ich nicht hier bin und geben es mir dann sobald ich über die drüber lauf ich wollte ach das ist der typ der uns einfach geld gibt genau jetzt ok machen wir jetzt mal noch zwei bauarbeiter den kleinen turm auf nebenbei verbessern wir hier die mauer haben gerade einiges an geld da mache ich jetzt mal ein bisschen was uns auch nach dem bogen schützen es sind hier noch den turm und verbessern die mauer genau dann sind wir schon relativ safe ich schau jetzt mal noch auf die andere seite was da noch so gibt ja jetzt stellt sich hier quasi eine rein und der kann natürlich auch besser rüber ziehen als das heute macht die fall woche die fall vor allen dingen ich finde es eigentlich recht interessant das ganze spiel hier sieht man die zerbrochene schrift noch mal schauen wir auch mal was in die richtung gibt vielleicht finden wir noch so eine kiste das wäre auf jeden fall gut und könnten wir das dorf auf jeden fall viel weiter ausbauen muss halt immer aufpassen dass man nachts möglichst wieder zu hause ist als da draußen ziemlich gefährlich sind man kann sich absolut nicht verteidigen kann halt nur weg laufen was das glaube ich kann man noch mal irgendwie eine mauer bauen nein es ist noch nein 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 ich sterbe jetzt nicht oder ich kann auch nicht laufen es ist gerade voll mein problem ich will immer ganz nein ich sterbe hallo ich kann echt nicht laufen weiter der hat uns jetzt beinahe getötet ich glaube nicht wenn man kein geld mehr hat dann ist man tot der hat uns zwar jetzt sehr viel geld gestohlen aber zumindest haben wir überlebt das war jetzt irgendwie gerade ziemlich hart das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet dass das hier so anfängt gleich mal den tod hier naja fast ich sollte jetzt wirklich schauen dass ich mal naja das pferd kann immer nicht rennen aber ich bin jetzt glaube ich gleich zu hause jetzt habe ich die gewisse hier gelockt aber leider trifft keiner von meinen jägern habt ihr geld für mich ok der bauarbeiter hatte geld für mich ich habe wohl irgendwie aufgesammelt habt ihr noch was für mich ah da gibt es noch was ok ich würde sagen haben wir noch einen da ich glaube aber die sind wieder beschäftigt bei uns aber ich kaufe schon mal einen bogen so und jetzt können wir eigentlich die nacht wieder abwarten ich schau irgendwann mal hier irgendwo hier kann man quasi glaube ich dann eine zweite mauer errichten also einen zweiten stützpunkt dann können sie quasi die erste mauer stürmen ok ist überhaupt keiner gekommen außer der eine der mich angegriffen hat ähm zweiten stützpunkt bereits im bahn dann müssen sie erst die erste mauer einreißen und die zweite weil sobald sie halt ganz im inneren der stadt sind hat man halt glaube ich verloren genau insofern ist das hier kommen auch die stadt noch weiter ausbauen händler gibt es mir geld hallo oh ich hätte den vielleicht gestern bezahlen sollen naja ok hilft nicht wir schauen jetzt mal was brauchen wir noch können jetzt einfach mal unser lager ausbauen aber nur dass wir das auch mal gesehen haben so jetzt haben wir unser banner ich glaube das kann man auch nicht konfigurieren habe ich noch geld ne ich habe kein geld mehr mein geld ist alle der händler geht also wie ich das gesehen habe kommen die eher links als rechts dann werde ich jetzt links vielleicht nochmal den hast du geld? du hast bestimmt geld oh werde ich hier links nochmal die mauer verbessern? kann ich nicht kann die mauer nicht verbessern muss ich da erst das lager aufbessern? oh ich weiß es gar nicht aber dann tippen wir hier links den turm auf das sind alle unsere münzen irgendwie jagen die hier auch nicht mehr besonders viel ich glaube man hört es auch so ein bisschen an die musik wenn die leiser wird oder so dann kommt schon langsam wieder der abend also sollte ich vielleicht nicht wieder hier da rauslaufen heute habe ich es nicht mit dem sprechen oder ist die einfach bei unseren dorflater? das kann auch sein ah hier kommt der händler wieder gottse dank gibt uns wieder einiges an geld aber man kann halt auch über die nacht bauen ich glaube ich weiß gar nicht bauen die in der nacht ich glaube fast schon dass die in der nacht bauen aber zu dem zeitpunkt ist halt dann quasi der turm nicht aktiv und das ist natürlich dann auch wieder ein problem zum ersten morgen wieder geld und ich hatte gehofft dann gibts mir jetzt geld ist noch was für mich? nicht so? weiß gar nicht kann man dir irgendwie wieder sagen ich sei kein bauarbeiter mehr? irgendwie nicht so jetzt schauen wir mal kommen irgendwo feinde? hä? 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 die mauer können wir immer noch nicht verbessern ich glaube wir müssen da wirklich dann morgen mal links lang und vielleicht mal schauen ob wir so einen Schrein finden ich glaube da konnte man nämlich dann die besseren upgrades für die mauern holen Achtung tötet sie hier waren jetzt zwei ist hier drüben auch schon was los wirkt nicht so hausen tötet mal die hausen komm ich gell? oh sie töten die hausen nicht kann sich glaube ich auch später noch felder und sowas bauen ich hab das wie gesagt nicht so lange gespielt ich hoffe jetzt gleich dass es mir der Händler was gibt wenn es mal wieder tag wird aber ich glaube es wird gleich wieder tag wie gesagt hier rechts kommt irgendwie nicht so wirklich viel also sollt ihr wirklich schauen dass ich links das aufbessere oh der Händler gibt mir Geld ok jetzt rennen wir einfach mal ganz weit nach links ich weiß auch gar nicht was man hier an dem Schiff machen kann aber ich glaube so viel Geld habe ich nicht also 3 4 5 6 7 8 9 ihr könnt ihr vielleicht sogar so viel Geld haben ich kann es einfach ausprobieren wenn man das Geld nicht hat dann fällt das ganze wieder nach unten doch wir haben genug Geld ok das hat jetzt irgendwie nicht wirklich gebracht ich dachte da passiert jetzt was anderes vielleicht müssen wir da noch ein bisschen öfter was spenden oh ne Kiste Gott sei Dank ne Kiste ja Geld ohne Ende ich möchte jetzt echt gerne so ein Schrein finden weil ich ah hier ist so ein Schrein kann man eben Geld spenden ich weiß nicht was der bringt wird dann glaube ich automatisch verbessert ich weiß gar nicht sind das jetzt Steinmauer das könnte sogar sein ist das hier ein Weg zeigen ok keine Ahnung was das alles ist aber wie gesagt dieses hier noch nie gespielt nimm mal mit du kriegst da hin dann dann laufen wir auf jeden Fall nochmal zurück zum Schiff und verbessern das nochmal ach da kann man Holz kaufen und die paar die laufen dann von da her oder wie ich glaube ich sollte hier nicht so viel Geld investieren ok ich habe kein Geld mehr ok fertig wird es leider nicht jetzt laufen die wieder zurück ich laufe auch zurück ich hoffe mal dass meine Leute noch ein bisschen was gefarmt haben an Geld ich glaube wir können jetzt die Mauern upgraden ist das die richtige Schreinweise den ich wollte das ist schon ein ganzes Stück ich hoffe meine Leute schaffen das noch rechtzeitig ich weiß gar nicht können die sterben ich hoffe mal nicht ich bin mir echt nicht sicher oh das Dreh wurde erledigt hast du Geld für mich? Danke ja wir können jetzt die Mauern upgraden das war das Richtige und die muss ich wieder Geld geben oder? willst du kein Geld? eigentlich geht das in der Nacht nicht steht es bei euch aus? oh schön viel Geld jetzt will ich bloß über Nacht hier nicht upgraden meine Leute ja die kommen oh die werden verfolgt schnell läuft hä das Target ist noch nicht mal angekommen ja der kommt auch nicht mehr bauen wir hier mal die Mauer aus und die Bauleute gleich machen im Turm können wir auch weiter ausbauen man kann auch irgendwie noch seine seine Armee also seine Bogenschützer so upgraden schauen wir mal hier rüber kann ich dir jetzt was geben ja wofür werde ich wahrscheinlich nicht genug haben ne und dann fallen die ganzen Münzen wieder raus wenn er nicht genug hat dankeschön dir was bei oh die haben auch wieder was bei holen wir hier nochmal zwei Leute hab ich dir nicht auch eine Münze gegeben so wir haben jetzt auf jeden Fall genug Bewohner wir müssen jetzt bloß noch die auch ausrüsten das könnte jetzt noch ein bisschen Problem werden ach der ist jetzt hier kommt wahrscheinlich morgen wieder und gibt mir dann wieder Geld der rentiert sich auch für alle Fälle das ist eine lohnende Investition der kann wieder nicht mehr laufen dann gehen wir halt gemütlich nach Hause die holen wir uns gleich hast du was für mich? ne hast du nicht kann immer noch nicht laufen er hat eine Münze für mich jetzt kennen wir vielleicht die Mauer aber wir haben eine Münze nicht gib mir bitte die Münze danke da drüben jemand was für mich hallo warum sind hier überhaupt keine Bogenschützen auf der Seite hier das ist irgendwie ein bisschen seltsam da ist einer das ist kein Geld für mich ok dann holen wir uns jetzt noch zwei Bogenschützen sieht's very aus da ist nichts da ist eine Münze da komme ich nicht weit naja holen wir uns noch einen Bogenschützen dann sind wir auf jeden Fall von der Manneskraft her genug morgen gibt's wieder viel Geld vom Händler vielleicht graden wir dann unsere Haupthütte nochmal auf ich glaub da war's dann eh ziemlich so ja dann sind wir schon fast bei 20 Minuten dann wird's das eh wieder reichen für das angezockt ne du hast Geld für mich haben wir zu einem Dorfbewohner Geld für mich ok ok ich will mich nicht beschweren sieht's bei euch aus hier noch einer Geld warum jagt die hier drüben nichts haben wir gar kein Geld aber jetzt seht ihr hier haben wir jetzt die Steinmauer und die kann man eben nur dadurch bekommen weil ich eben vorne den Schrein da bezahlt habe ok so Händler bitte gib mir Geld Day 5 ich habe eine Errungenschaft gekommen jetzt schnell zum Schiff wir wollten aber eigentlich unsere Budi noch upgraden gell ah ok jetzt haben wir hinten eine Wand jetzt haben wir aber wahrscheinlich nicht genug Geld dafür ne ok ok dann lauf ich nochmal zurück nochmal vielleicht haben die Jäger noch ein bisschen was gefunden sonst mach ich hier vielleicht einen kleinen Cut bis ich dann das Schiff vollendet habe wenn das funktioniert ah und jetzt gibt es hier draußen noch solche die machen dann glaube ich ein bisschen dürfen wir hier fast die Mauer mal upgraden dann hier noch einen Turm rein sonst kommen wir hier im Vorposten auch noch hin und wir machen einfach mal so einen ich weiß gar nicht mehr was der gebraucht hat ich glaub der produziert irgendwie ein bisschen Geld oder? kann das sein? ah hier kommt einer tot nächste tot tot hey jetzt auf einmal treffen die hier voll da kommen alle hier von links irgendwie rechts auch hier was gekommen aber ich habe halt auch verdammt viele Bogenschützen schon ah der Händler kommt wieder boah ja geben wir noch kleinere Stücke das reicht auf jeden Fall noch nicht möchte jetzt das Schiff noch fertig bauen das werde ich auch tun ok ich glaube wir bringen das immer noch nicht fertig ich glaube ich muss jetzt doch irgendwie vorzeitig beenden ich kann auch jetzt nicht noch zwei kaufen weil dann kann ich den Händler nicht mehr bezahlen ok hier sind einige Feinde können sie die bitte mal treffen wahrscheinlich sterben wir jetzt groß ist tot und die reparieren ich kann sie nur aufpisten ach die reparieren die wahrscheinlich automatisch ne wir kommen es nicht fertig niemals ach verdammt ach verdammt jetzt noch mal ein bisschen weiter links vielleicht ist da noch mal irgendwo eine Kiste aber ich glaube die gibt es immer nur einmal wow ja ich sollte oh da kommt ja auch jemand raus ok ich sollte umdrehen ich bin voll erschrocken irgendwie mit dem Geräusch oh das sieht schon aus wie oben das Geländer hätte ich jetzt bald gesagt aber das reicht immer noch nicht aber bald haben wir es also wir müssen Siegler auch noch kaufen das kostet wahrscheinlich wieder ewig viel so jetzt schauen wir mal wie weit die kommen mit dem ok viel brauchen wir nicht mehr ok wir müssen das Siegler anscheinend auch bauen also brauchen wir vielleicht doch noch ein bisschen was die Mauer will ich jetzt auch nicht upgraden also ich könnte ja schon das Dorf so unmasse ausbauen mit dem ganzen Geld was ich in das Schiff gesteckt habe ah hier kommen die ersten oh 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 nein gib mir meine Münze nein 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 oh Gott ich hab grad alles verloren es war jetzt richtig dämlich ich glaub deswegen hab ich auch nur noch so wenige Bauarbeiter ich glaub wir sterben ne die Tag ist vorbei die Nacht ist vorbei aber das schaffen wir wieder mal oh wir schaffen es ok jetzt warte ich hier bis der Bauarbeiter kommt ich kann auf jeden Fall nichts mehr kaufen unser letzter Bauarbeiter der letzte Mann der noch steht woher kommt denn jetzt endlich das Schiff erschein läuft jetzt gleich zurück was nacht ist komm schon ja er ist gleich da er ist gleich da er baut es jetzt er braucht voll lange er braucht voll lange dafür schafft es noch ja und jetzt kann ich wieder was zahlen ok das ist bloß gerade wieder so ne Musik nach darum warte ich jetzt noch schnell weil vielleicht sterben wir ja auch noch oh das sieht verdammt schwer aus ich glaub wir sterben ok wir sind komplett am Arsch ok wir sind komplett wir haben gerade alles von uns getötet ja Leute das Wasser und vor allem auch mit diesem Spiel hier wobei wir laufen jetzt nochmal fort zum Schiff jetzt haben wir die Nacht eh gewartet ein bisschen gell jetzt laufen wir nochmal fort zum Schiff und schauen ob unser Bauarbeiter das nachhin bekommt und wenn nicht dann lassen wir es wirklich gut sein so jetzt kann das Pferd nicht mehr laufen das Bauarbeiter braucht auch wieder Ewigkeiten bis hier ist weil wir wir haben wahrscheinlich gar keinen Bauarbeiter mehr wird mir gerade mal sein oh mein Gott das ist fertig was bringen wir das jetzt möchte ich damit irgendwas tun ne wahrscheinlich würde das mir das was bringen wenn ich meine Stoppistorie ausgebaut habe ok aber dann lassen wir es gut sein ich stelle mich jetzt hier so rein so schön theatralisch und ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bis dahin tschüss